Dann, wenn, dann nur wegen Netro was. Bitte was? Autsch. Ah, hey. Ja, ich bin gerade runtergefallen. Hier ist wieder ein Heus. Das ist ein Netro. Heus hier mit guckt. Fisch, okay. Und noch eine Eisenspitzhacke. Bitte was? Ja, ist hier ein Netro was. Ist ja gut. Hat dein Drache wieder vor allen Angst? Nee. Die Leute haben vor meinen Drachen Angst eher. Ach so. Ich bin jetzt falsch geflogen eigentlich. Na ja, doof. Oh. Ich wollte dich gerade ins Bett legen, was so sinnig ist, weil du müsstest dich ja auch ins Bett legen. Super. Na ja, super. Jetzt fängt es an zu schnallen. Wie? Wo du bist? Ja. Und ich sehe jetzt gar nichts mehr. Jetzt fängt es an zu regnen. Also wo... Jetzt wird es zu schnallen. Jetzt wird es regnen. Hat das auch geregnet. Also liebe Leute, wundert euch bitte nicht, warum das hier so am Leggen ist. Ja, das liegt jetzt einzig und allein daran, dass die Welt nachlädt und dem Drachen das nicht so ganz smoothie hier von der Winde geht. Ach, ich würde jetzt am liebsten das wegschieten, ne? Weil ich sehe absolut gar nichts mehr und die Zuschauer auch nicht. Hm. Ne, Trovas und ich sehe auch nichts. Ne, Trovas und ich. Ja, wir sind gar nichts mehr. Aber mit gar nichts meine ich gar nichts. Das ist alles schwarz. Ich sehe nur noch die Konturen von dem Ne, Trovas Kopf. Wir sind blind. Habe ich schon erwähnt, dass ich Regen hasse? Nein. Nein, du hast gesagt, du liebst Regen. Naja, in Minecraft nicht. Aber jetzt sehe ich nicht mehr, wo ich hinfliege. Ich fliege gerade total blind durch die Gegend. Du fliegst durch einen Schneesturm. Ne, Trovas. Wir müssen es schaffen. Gebt nicht auf. Der Schneesturm ist nicht stärker als wir. Wir sind stärker. Glaube an dich. Glaube an uns. Ich möchte mal zu gerne wissen, was das denn Enderman geworden ist, der hier gespawnt ist. Mitten im Haus war der. Ich glaube, Ne, Trovas und ich machen mal eine kurze Rast. Wir sehen nichts. Oh, scheiße. Ich weiß noch nicht mal, wo ich landen kann. Ich weiß noch nicht mal, ob ich jetzt gelandet bin. Ja, ich bin gelandet. Ne, Trovas wurde gehittet. Was? Von wem? Von einem Creeper. Oh mein Gott. Hast du hier den Bambus vor Kurus Jüngerstell abgebaut? Ich habe ihn nur ein wenig gestutzt. Wie kannst du nur? Shit, ich sehe doch nichts. Ah, jetzt sehe ich ein bisschen. Baby? Ja? Ne, Trovas ist fast tot. Wieso? Was machst du denn? Lass doch mal den armen Drachen in Ruhe. Elf Herzen hat Ne, Trovas verloren wegen dem Creeper. Ah, du musst aufpassen. Warte mal, ich mache mal die Shader aus jetzt so lange, weil dann sehe ich wenigstens, wo ich hinfliege. Und ich muss Ne, Trovas kurz füttern. Ach, da unten sind Schweine. Sag mal, hier oben bei dir in der Dreckhöhle sind das immer noch die Fenster aus Eis? Ja. Die haben oben gehalten? Ganz oben ja, weil da keine Fackeln waren. Ah. Das ist ja lustig. So, Ne, Trovas hat wieder volle Leben. Ne, Trovas sitzt. Wir machen hier eine kurze Rast. Oh, ich kann wieder durch die Tür gehen. Super. Maulbeerenbusch. Maulbeerenbusch? Mhm. Das ist alles Gift, ey. Oh, nein, Ne, Trovas. Oh, Mann, jetzt muss ich dich wieder füttern. So war das aber nicht gedacht. Dass du hier einen Rundzug machst und dabei der Drache fast stirbt. Ne, so war das echt nicht gedacht. Aber das liegt jetzt an der Nacht, ne? Also das nächste Mal vorher landen. Am besten wärst du dir ja auch im Bett eingepackt. Ja, hm, hab ich jetzt nicht dran gedacht. Aber ich hab auch, äh, jetzt hier wieder ein Bett gefunden. Mhm. Ich kann nur nicht sagen, ob er schön aussieht oder nicht. Äh. Ja, ich kann das auch nicht sagen. Äh, ne, ich find das nicht so schön. Die einzige Möglichkeit wäre, dass wir so lange warten, bis ich die Folge gesehen hab. Oh, boah. Dann kann ich dir sagen, mäh. Dann können wir ja lange nicht aufnehmen. Tja, nein, such du mal was Schönes aus. Ja, ich bin noch ein bisschen auf der Rundreise. Ich hab ja gehört, ich darf nicht die erstbeste Immobilie nehmen. Doch, du darfst die erstbeste Immobilie nehmen, wenn sie einfach perfekt ist. Okay. Aber sie ist nicht perfekt. Ja. So. Was wollte ich jetzt machen? Ach ja. Nein, nein, nein. Doch. Was passiert eigentlich, wenn Nitro was stirbt? Mark? Baby, ich bin gestorben. Sag ich. Du bist gestorben. Was heißt, du bist hier? Okay, und wo ist der Drache? Der ist... Der teleportiert sich doch zu dir, wenn... Nein. Eigentlich. Der sitzt da noch, oder? Wo? Nee. Hä? Wo ist mein Drache? Aber das... Wir haben dir ja gesagt, der kommt dann zu dir, wenn du weiter entfernt bist. Lass uns mal bitte schlafen gehen. Ja. Wenn ich dann nicht wieder abstürze. Oh, Mann. Oh, Mann. Tut mir leid. Wieso bist du überhaupt gestorben? Ich bin von Nitro was gefallen. Ich hab die falsche Taste gedrückt und bin abgestiegen dadurch. Scheiße. Ja. Dann bastel ich mir eben schnell ein Schwert und dann... Geh ich auf Suche nach Nitro was. Oh, Mann. Mensch, ich hoffe, du findest den wieder. Aber eigentlich sollte der sich zu dir teleportieren. Dann untersteht immer noch der Blöde zum Wiederum, ey. Kommst du runter? Kommst du runter? Hat's aufgehört zu rechnen, jawohl. Ja. Komm runter, los. Okay. Ich mach mich auf die Suche nach Nitro was. Zu meinem letzten Todespunkt. Bis heute Abend, Baby. Bis später, Süßer. Oh, Mann. Dein Mann ist gestorben. Es tut mir leid. Nö, passt schon. Ich hole mir die Sachen jetzt alle wieder. Und ich hoffe, ich find meinen Drachen auch. Nitro. Was? Aber eigentlich müsste der doch sich zu dir teleporten. Das versteh ich jetzt nicht. Eigentlich schon, ja. Aber ich glaub, ich hab ihm einen Knochen gegeben und dann bleibt er da vor Haaren, wo er saß. Ach so. Sollte jedenfalls so sein, also, ähm. Und die Frage ist, fliegt er jetzt da oben rum, wo ich abgestiegen bin, oder ist er gelandet? Hm. Wenn er da oben rumfliegt, dann müsste ich mich in den Cheap-Modus begeben, weil sonst komm ich nicht mehr an Nitro was dran. Na, da bin ich mir mal spannend. Aber ich glaube, aber der sollte gelandet sein. Der müsste eigentlich gelandet sein. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Alter, da sind die Flüge, ne? Oh Gott, ich muss ganz schön weit laufen. Warst du schon so weit? Oh ja. Warte nicht auf mich, es könnte die Nacht sauern. Und hast du dir wieder kein Bett eingepackt? Ach, verdammt! Ach, diese Männer. Nein, alles muss sein. Bist du schon so weit weg, oder komm nochmal zurück? Ich bin schon so weit weg. Ach, meh. Naja, wenn du das nächste Mal stupst, dann weißt du Bescheid. Bist du nicht, Robast ist es ein Dreitagesmarsch, wenn ich jetzt wieder zurücklaufen müsste. Ja, aber ein Tagesmarsch ist das ungefähr. Ohne Schlafen, jetzt wurde gemerkt. Na, ich hoffe, du findest den. Weißt du denn, hast du dir den Punkt gespeichert, oder? Naja, da wo ich gestorben bin, da muss er auch sein. Siehst du das auf der Karte, wo du gestorben bist? Ah, alles klar. Also mir wird es jedenfalls angezeigt. Weiß nicht, ob deine Karte noch rumbackt. Das ist, glaube ich, ja, also mittlerweile, finde ich, zeigt er mir immer den Punkt an, kann uns wirklich an Einstellungen gelegen haben, aber ich habe auch noch nichts weiter ausgetestet. Ich bin ja jetzt zum Glück eine Weile nicht mehr gestorben. Ah, zum Glück. Aber, liebe Leute, das liegt nicht daran, dass ich so super fähig bin, sondern es liegt eher daran, dass ich hier das Ereelmäßig vom Sour fliege. Ja, so wie jetzt. Und deswegen gar nicht zum Sterben komme. Hat auch was Gutes. Ja, irgendwo, den reißte ich gerade. Oh ja, der gibt gut was. Hm. Ähm, ich bin jetzt gerade übrigens, ich bin jetzt übrigens gerade an diesem Vulkangebiet, aber da kann ich nicht langlaufen, weil die Asche bremst einen aus beim Schnelllaufen. Du versinkst ein bisschen in der Asche und wirst dann langsamer. Jetzt muss ich hier an dem Biom entlanglaufen. Und straight forward zu meinem Tod. Todespunkt, zu meinem Grabstein. Aber trotzdem wundert mich das jetzt an. Au, ah, ich brenne. Alles klar. Alles klar, alles klar, alles klar. Betrete niemals diese hellen Steine, die aussehen, als würdest du da auf dem Boden Kohle sein, also so brennende Kohle sein, die brennen nämlich wirklich. Alles klar. Die verbrennen dich dann. Also die sind so, so, so. Ich zeig's jetzt mal hier im Video. Das sind die Links, das sind die Ascherhaufen, das ist dann der, wo ich gerade Feuer gefangen hab, der da, wo jetzt meine Mauszeige drauf ist. So. Wirst du ja dann noch sehen. La, 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 la. Ich muss so weit laufen, oh mein Gott, das ist so scheiße. Ach, ist das weit weg. Netrovus, ich komme, ich werde dich retten. Wer rettet wem, ist hier die Frage. Ich rette Netrovus. Und dann suche ich weiter nach einem geeigneten Punkt, glaube ich. Ah. Weiß ich noch nicht. Vielleicht komme ich aber wieder zurück. Ich habe ein Schäfchen gefunden. Töte es! Habe ich schon. Noch eins. Also ich habe jetzt deine Wolle gleich zusammen, da ist nämlich noch eins. Wolle, juhu. Ich habe deine Wolle zusammen. Wolle, du wirst nicht sterben. Das warst du, du warst das. Das warst du, du warst das. Süß. Baby, ich liebe dich so. Ja. Oh, ich liebe dich. Ja, liebes Spam. Liebes Spam in einer Tour. Ja, ich mache aber so viel Liebes Spam, wie ich will. Genau. Wen es stört, der kann gerne gehen. Nein, die gehen nicht, aber einfach weggehören. Dann müsst ihr durch. Weiß, dass das nicht jedem gefällt. Wir haben da schon so... Wir haben da schon markkritische Stimmen gehört und so. Ist mir aber egal. Genau. Ist es uns egal. Ich bin ja nicht so schlimm wie Mark, aber... Ich mag es auch gerne hören. Ich mag es auch gerne sagen. Ich höre es auch gerne von dir danach. Ja, ist danach. Ja, meistens lasse ich dir ja nicht die Chance, dass du das sagst. Ich könnte mal falsch verstehen. Danach. Bitte was? Bitte was? Wo denkst du denn schon wieder hin? Ach ja. Candy Mountain! Du hast einen Candy Mountain gefunden? Ja, nee. Ich habe einen Mountain gefunden, wo ganz viele Candy Blumen sind. Candy Mountain. Das ist eigentlich hier cool. Ja, wobei für eine Burg nicht gerade geeignet. Aber unten, das wäre cool für die Drachen. Schwierig. Also ich muss das immer so haben, ich muss sofort die Burg dann vor mir, vor dem inneren Auge sehen, weißt du? Ja, du bist der Burgmeister, du musst das auch. Ne? Das ist Fakt. Ich laufe schon wieder in die falsche Richtung. Leute. Wo willst du denn hin? Wo ich die ganze Zeit abbaue. Und das ist, wenn man bei mir rausgeht aus meiner Höhle, ist das rechts. Und ich laufe immer links. Jedes Mal. Müsste auch gleich da sein. Ja, ich sag mal so, ich habe noch ein Viertel des Weges vor mir. Hauptsache, du bist dein Drachen, das wäre ja schlimmer nicht. Ne, ich glaube, du würdest dich freuen. Nein, doch. Nein, das ist doch bloß Rollplay. Ich muss doch eifersüchtig tun, ja, als, weiß schon. Mensch, das haben wir doch abgesprochen. Haben wir das? Ja. Wird hier nichts abgesprochen. Ich bin scharf. Ich bin scharf. Bist du scharf, oder? Du bist scharf. Das darfst du dir jetzt aussuchen. Tut mir leid, für diese Stallvorlage. Ich bin noch schon so lange alleine. Bitte was? Du hast doch deine Frau einfach alleine gelassen. Seit wann bist du alleine? Männer, meine Frau, kriegt er nicht.